willkommen zurück wir nehmen wie gesagt immer weitere stationen in betrieb hier ist wieder eine weitere von den vielen die auf der map verteilt sind die windwechsel station schon läuft sie die wir sind an den ersatzteilen über die man sprechen nein wahrscheinlich nicht leider auch nicht es ist einfach eine normale station zu reisen